Mannschaft des Jahres, Rasta, Vechta! Aber ich glaube, ungestritten ist die Integrationskraft des Sports und vor allem auch die regionale Identitätsstiftung, die durch den Sport stattfindet. Und deshalb ist und bleibt für uns auch das Thema regionaler Spitzensport und lokaler Breitensport absolut essentieller Bestandteil der OV. Die Sportlerin des Jahres 2018, Julia Mittendorf aus Dinklage. OV, Heimatsportler des Jahres 2018, Philipp Herkenhoff. Aplausos Aplausos Aplausos